Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Silent Hill und ich hoffe wirklich, dass er diesmal legfrei sein wird und wir hüpfen im Stadtteil Westen durch die Gegend, was auch immer das heißen soll. Ich würde sagen, als allererstes gucken wir mal auf die Map. Ja, Soul Street, da will ich hin. Genau da will ich hin. Ich weiß nur gerade nicht, wie es da lang geht. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Okay, ich bin übrigens heute alleine und mal so ganz ohne Begleitung, Unterstützung, whatever, was ich übrigens absolut uncool finde. Dann... Wow. Ah, eine Tür. Okay. Iiii, was ist denn da unten los? Guck mal, ich will es mal richtig überlegen. Richtig, ich will es nicht wissen. Uah. Uah, alter. Geh doch raus. Weg da. Geh doch raus. Was war denn das? Waaah. Okay, wo sind wir? Wir sind der Soul Street. Ähm, da würde ich sagen, gucken wir jetzt erst mal in die Halle, da wo das hieß Letter and Trench und so. Da könnten wir ja mal zuerst hin. Und... Oh, ich habe Angst, aber naja. Okay, dann nach links und dann irgendwann nach rechts. Da stand ein Monster. Da steht auch ein Monster. Oh shit, ey. Erschreckt mich doch bitte nicht so. Ich habe ein junges kleines Herzchen. Ich will es gar nicht so genau wissen, wie es sie soll. Überlegen wir mal. Ach, mach geradeaus weiter. Super Sache. Oh shit. Oh shit. Ein Auto. Noch ein Auto. Und komische Geräusche. Ich lege das Korabit dahin, wo das Monster ist, damit ich gar nicht langlaufe. Oh, ich bin jetzt in die Verwälte ran schon wieder. Es tut mir leider da. Aber die bin ich auch in der Verwälte. Ich freue mich. Ich mag auch nicht. Das sieht nach... ...tür aus. Die sterben. Okay, äh... Ich muss das einfach mal kurz anstechen. Weil wegen... Das hätte mir sonst wahrscheinlich wehgetan. Okay, ähm... Hier ist irgendwo... Das Ding, wo ich hin soll. Wohin ich soll, weiß ich aber jetzt wirklich nicht so genau. Hä? Das ist doch aber... Ah, ah... Oh... Sieht der da genau von der Tür? Okay... Ich habe einen Schraubenschlüssel. Was haben wir hier? Oder vielleicht bist du ein Narr. Die Wahrheit verriet die Menschen im Allgemeinen. Ein Teil dieses Abgrundes ist der alten... Ein Teil dieses Abgrundes ist in der alten Gesellschaft. Der Schlüssel zur Gesellschaft liegt im Park, zu Füßen der betenden Frau. Unter der Erde in einem Kasten, um ihn zu öffnen, brauche ich einen Schraubenschlüssel. Mein Patient hat ihn dort vergraben. Ich wusste es, habe aber nichts unternommen. Ich war beunruhigt, so ein Ding in der Nähe zu haben. Ich suchte nicht nach der Wahrheit. Ich suchte nach Ruhe und Gelassenheit. Ich habe auch dieses Ding gesehen. Ich floh, aber das Museum war auch abgeriegelt. Jetzt wagt niemand mehr, sich diesem Platz zu nähern. Wenn du immer noch weitermachen willst, James, dann bitte ich zu Gott, dass er deiner ewigen Seele gnädig ist. James, ich habe Angst, auf mich Zug zu laufen. Okay, das haben wir dann jetzt. Dann würde ich sagen... Wir müssen irgendwie zum Park. Na wie? Na gut, dann laufen wir erstmal ein Stück zurück. Wuppdiwuppdiwupps tabu. Um die Kurbel geht's im Loo. Hohohoho. Die Frage ist jetzt halb nur wieder. Moment mal. Ich gucke noch die Karte. Ich muss doch da irgendwie lang kommen. Da kommen wir bestimmt irgendwie lang. Ich glaube hier einfach haben wir die Bar wieder vorbei. Ja, wir sterben. Oh. Oh. Nein, Zombies, ich möchte nicht mit euch kuscheln. Ich versuch's nochmal in der Bar. Wir brauchen die Pistole. Oh. Wo die Bar konnte man noch reingehen. Oh. 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 Mann konnte hundertprozentig in die Bar rein. Ha. Blöd. Kann man natürlich auch. Ich muss hier doch mal so blöd taps übersehen. Ist hier irgendwas, weil... Ich ist halt irgendwie... Was? Was? Wenn du Mary wirklich sehen willst, dann solltest du einfach sterben. Aber James, du gelangst vielleicht an einen anderen Ort als Mary. Ähm... Da stand das letzte Mal nicht da. Hundertprozentig nicht. Denn das wäre mir aufgefallen. Was ein Terror hier. Was ein... Zichel-Terror. Aber naja. James ist stark, hat starke Nerven. Ich hab sie nicht. Er hat sie schon. Wir laufen weiter. Das macht das schon. Oh, das hat sich gereimt. Oh, das hat sich gereimt. Sehr cool. Ähm... Laufen, laufen, laufen. Oh, ein Auto. Hallo, Auto. Okay. Ähm... In die Katz... Katz-Katz-Katz-Katz-Katz-Katz-Street. Da liegt was. Ich hab hier Drohnen für die Pistole. Und da hinten liegt doch auch was. Ich habe einen Hilfkasten. Yay-o. Let's go. Ähm... Wundervoll. Ist das jetzt auch die Straßen, die ich will? Ja. Denn... Ach, geh sterben. Ich geh auf die Statue. Jetzt können wir vielleicht wieder gut sterben gehen. Oh, ich eh nicht. Ich lauf halt immer an den Monstern vorbei. Okay. Okay, da geht's rein. Ich hab jetzt einfach das ignoriert, was daneben stand. Ich weiß es außerdem auch nicht mehr. Okay, und dann geht's da rechts hoch. Zum Park. Was ich übrigens super finde. Irgendwo bei dem Park muss, ähm... ...diesen Spocken-Spocken-Fee. Irgendwo bei dem Park muss dann, ähm... ...eine Statue sein. Wo die genau ist, weiß ich nicht. Aber das werden wir finden. Bestimmt. Aber jetzt haben wir Fragen einfach so ein Monster nach dem Weg. Oh, ich glaub' deren Sprache versteh' ich auch nicht. Oh, ich hab' falsch gelaufen. Ich hab' mir grad auf den Zunge gebissen, da ist schon weh. Au, au, au. Okay, los, rein da. Äh, Moment, nein, nein. Äh, äh, äh... So, jetzt aber. Hier liegt doch was. Gesundheitstränk... Schrottpatron... Schrottpatron... Was suchen wir? Wir suchen eine bittende Frau. In einem dunklen Park. Warum tue ich mir das an? Ich habe eine Ampulle. Könnte jemand erklären, was man mit Ampullen machen muss? Das ist ja schön, dass er eine Ampulle gefunden hat, aber... Was bringt sie mir? Ich weiß es nicht. Ich hab' keine Ahnung. Die Bücher ist wieder voll falsch. Dreh dich mal rum, James, wir müssen da hoch. Dann gehen wir wieder die Treppe hoch. So, jetzt mal hier lang. Wie sieht das hier auf der Karte besser aus? Ah, naja, ich lauf schon mal immerhin in die richtige Richtung. Ich mein, es ist hier schon mal ein... Kleiner... Opfer der Verfolgung durch... Jennifer Carrow führt ein trotzdem einhaftes Leben. Was hier geschah, wird nie vergessen werden. Der Boden ist mir erhöht. Könnte etwas darunter sein. Wirst du graben? Ja. Natürlich werden wir graben. Wir finden bestimmt auch was. Ich denke, wir sind... Na, was gefunden? Ja. Anscheinend. Und zwar haben wir... Der kleine Metallkasten ist mit Bolzen verriegelt. Ich kann den Deckel nicht öffnen. Doch, das können wir. Weil wir einen Schraubenschlüssel haben. Schraubenschlüssel verwenden. Also, ich habe den Schraubenschlüssel benutzt. Wundervoll. Und da ist der alte Bronzeschlüssel, ähm, den wir unser Leben lang gesucht haben. Nicht? Und... In dem Kästchen ist nichts mehr. Nein. Da ist nichts drin. Ach was. Erzähl. Erzähl mir bloß. Kein Scheiß. Okay. Das heißt... Rosewater Park ist abgehakt. Pete's Bowl Grammar. Weiß ja nicht. Aber Silent Hill Historical Society. Da könnten wir mal hin. Denn ich glaube, jeder der betenden Frau ist der Schlüssel versteckt. Da hieß doch irgendwie sowas für's Museum, weil er das doch vom Direktor geklaut hat und der Patient, der Museums-Dingsbumsführer wusste das ja. Und, ähm, also denke ich mal, ist das bestimmt der Schlüssel fürs, äh... Habe ich gerade vergessen, wie man's nennt. Museum. Das ist ein natürliche historical... Dingenskirchen. Und das ist definitiv, was ich meine. Und dann laufen wir mal dieses Stückchen da hoch und gucken wir mal, ob wir da vielleicht was machen können. Und auf dem Weg können wir eigentlich auch mit Pete's Bowlorama mal schon mal reingucken. Weil da hab ich auch nen Kreis drum und ich weiß nicht so ganz so. Vielleicht finden wir Pete wieder... äh, vielleicht finden wir wieder Eddie-Pizza-fressend. Möglich wär's ja irgendwie... So, hier irgendwo müsste... Hm... ...vereingang sein... Aha... Habe ich jetzt bescheuert? Ich bin natürlich dran vorbei gerannt. Es ist aber auch dunkel. Also... Das mal zu meiner... Entschädigung. Es ist dunkel. Dunkel, dunkel, dunkel. Dunkeln soll man sowas erkennen, oder was? Geh rein... ...Muster. Ah ja. Interessante Musik. Geht hier was ab? Oder... Ne... Hier geht nicht wirklich was ab, ne? Hier geht nicht wirklich was ab, ne? Hier... Hier... ...kenn dich ja schon irgendwie... ... ganz korrekt. Aber na gut. Dann gehen wir hier einfach wieder raus und verschwinden. Aber... ...wann tüpfen wir schnell zu dem Museum. Ich bin wieder überzogen. Ich wollte eigentlich nur 5 Stunden machen. Da geht's jetzt geradewegs... ...richtung Museum. Und... ...wir werden ja sehen, was uns dort dann lauert. Passiert. Oder ähnliches. Das werden wir allerdings auch aus dem nächsten Teil sehen dann. Denn... ...in diesem Teil hier... ...ähm... ...ist gleich Ende. Wir gehen nochmal... ...un schnell dahin. Ich hab Angst, dass ich wieder dran vorbeigelatscht bin. Karte! Ah, wir sind fast da. Wir sind fast geschafft und sind fast da. Äh, geht weg. Warte ich nicht. Ich hab den alten Bronte schließen gesetzt. Und wir sind drinnen. Was... ...hier passieren wird. Das erfahren wir in der nächsten Stunden... ...nächsten Folge. Ich bin das Blacky Lady. Und wir sind im Geschichtsforschungsverein. Bis dahin. Tschusen! 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 Vielen Dank.